Ho ho ho, ich bin's der El von Rien og El und zum letzten Mal begrüße ich euch weihnachtlich hier zur letzten Weihnachts-Special-Folge, nämlich der Folge 2 von 2. In dieser Folge sind wir in Malmö am Lucia-Tag, dem wichtigsten Tag der Vorweihnachtszeit in Schweden. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. 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 Nee, das Ausdauerlauf. Wirklich. 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 schöne Zeit, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer L von Rien und L. Hey, du! Untertitelung des ZDF, 2020